Lernen Sie spielend die Herausforderungen auf dem Golfplatz zu meistern. In Ihrem Einsteigerwochenkurs wechselt effektives tägliches Training auf der Driving Range mit dem Spiel auf dem Golfplatz ab. Sie möchten neu mit dem Golfen beginnen oder haben gerade die ersten Schritte hinter sich und möchten jetzt gezielt am Aufbau Ihres Golfschwunges arbeiten? Dann sind unsere Intensiv-Einsteigerkurse für Sie genau richtig. Wir trainieren täglich zwischen 60 und 90 Minuten auf der Driving Range und spielen dann auf dem Golfplatz ein paar richtige Löcher. Golfregeln und Etikette sind genauso Teil Ihres Tages wie Ausspannen auf der Clubhausterrasse. Sie können gerne den kostenlosen Internetzugang im Clubhaus nutzen und lassen Sie sich mit kühlen Getränken und hervorragendem Essen verwöhnen. Unser Team freut sich auf Sie. Cap de Pera Golf zum Beispiel liegt im Nordosten der Insel. Er ist ideal für unsere Golfschule, da die Übungseinrichtungen viel Platz bieten und wir ungestört an ihren Abschlägen arbeiten können. Mallorca hat für jeden was zu bieten. Mediterrane Natur pur, Sie können die Umgebung mit dem Mietwagen erkunden oder schlendern Sie an den Hafenpromenaden oder machen Sie einfach einen Ausflug in die Berge. Es lohnt sich. Auch Wasserratten können ihre Freizeit am Meer in vollen Zügen genießen. Wo Sie wohnen könnten? Unsere Schüler sind zum Beispiel von den modernen Landhotels hellauf begeistert. Wäre das nicht auch was für Sie? Kontaktieren Sie uns einfach über unser Anfrageformular auf der Webseite. Wir melden uns noch am selben Tag bei Ihnen zurück. Mit der Golfschule Michel Monard auf Mallorca haben Sie die richtige Wahl getroffen. Wir heißen Sie jederzeit herzlich willkommen und freuen uns schon jetzt, Sie bald kennenzulernen und mit Ihnen an Ihrem Golfschwung arbeiten zu können. Wie geht es? Wir seien ihr Abend für die Welt.